Da sind wir bitte Das Das Da Go tell a dream Oh, Seelen How's it going man? How you doing, sir? Ready for the screamin' Wait, wait, wait At least I have quali- Should be going better any second I have food as well here And I have beer That's why we're playing beer, Hazard 7 Okay, just getting everything Ooh, Yasmin Alles frisch bei dir Go tell Aunt Rohde Do 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 So Oh, time for the candle Mmm Mmm We got the yummy candle sealin' Yeah I definitely seal it Mmm Get a bit darker Mmm, baby Mmm Anime, alles frisch bei dir Mmm Yeah, baby VR candle is dope, man VR candle is dope, man Not great start on the weekend so far And are ready for some Resident beer 7 Mmm 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 Ah Ist ja nicht das Erste, was ich heute trinke It's not the first I drink today Let's get started Let's get started What's that for a child, Evel What's that for a child? What's that for a child? What's that for a child? Hmm, yeah, but the candle was flickering I guess Oh, seal it 4D-Candle is dope, man, really dope I'm loovin' it Totally loovin' Ja, noch ist hier nicht da, Darksider Gib ihr ein paar Minuten, um aufzutauchen Mecluia will take a few moments To arrive I guess Should be Everybody's dead Nee, wird noch ein paar Minuten dauern Mir wird gerade erst angefangen, Darksider Nach 10 Minuten sollte sie spätestens da sein Oh baby We have good weapons Magnum Shotgun Grenade launcher And the MP So we go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey It seems to be the last part of the game And there were two Hot, 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 hot If I remember correctly, there were two molded ones Ja, Schiff haben wir hinter uns gebracht, evil Schiff haben wir hinter uns gebracht, gestern noch Doodoo 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 dooS There are three molded ones Hmm Hmm. The only thing I'm missing here is this little sniper, but okay, it's Resident Evil, not Sniper Evil. Wait, I have four. Oh, he's already dead, okay. Wait, where is the... Jeez, jeez, jeez. Yeah, let's do that right after. So as soon as we finish with, um, as soon as we are finished with, oh, we don't have it, but I can't take it. As soon as we have finished, um, the normal difficulty, we are going over to Madhouse. Nice. Nope. Hmm, burpee. So we can make another little healing. Oh, baby. Aha, we could have made a better one. Hmm. Okay. Okay. Spoopy. Spoopy. So spoopy. Spooping me out. Ooh, one of us. How are we going? Oh, it goes down. Oh, no, no, I thought it goes up. And I thought it... And I thought it was going up. Oh, my shit son. I thought at first that there was something happening during the elevator fight. Would have been plausible. Ooh, goff baby! How's it going, man? I'm feeling... I'm feeling... Mm-hmm... Yeah... Nice! So, bombs again. And a bad explosive crates, too. Now we can make better healing. May I should have waited for a normal enemy and killed him with it? Okay. Where? Where? Oh, shit son. Ooh, baby. Ooh, baby. There's a ton of molded ones and I should have waited with the fucking bombs. Could have used the bombs to kill it. Would have saved ammunition, but we know for Madhouse then. Noises are... Kinda scary. Not sure how much FPS or what FPS you get in the stream. I guess it will be 30. Maybe. Mm-mm. I would need some commands. Still for Mikuja. Wait, was it what I think? Oh, baby. Ah, the first person... Ah, okay. Who would you... Who are such German? Oh, interesting. Hmm. Interesting. Bombs. We don't need the grenade launcher at the moment. We should take the bombs, maybe. Um, yep. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, there's something behind me. Isn't it? Man. Molded ones everywhere. Ancha... Alles frisch bei dir. Willkommen. Schön dich auch wiederzusehen. So many nice people here already. Um. Ah! Ah, I was just yawn. How much? How much? Oh, fuck. How much can they take? Goddammit. What? Ah, I'm afraid. Ah, I'm afraid. How much can they take? Ist das etwas? Oh, okay. Maybe I could have killed them with the thing. I kind of feel too safe with all the munition we had. Let's see, that was no mistake. We are always good at munition. Should still be good. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Na, Mikuja redet schon. Ne, eigentlich redet sie nicht, aber... Sie braucht halt immer so ein bisschen Cooldown. We are always needs a bit of Cooldown. So how was everyone started in the weekend? Flamethrower, really? Knew it. Knew it. Ich wusste das schon wieder. Wohohohohohohohohohohohohohohohoho- Ha ha, kass. es ist ja Frank ich habe Alkohol da und ich habe schon was getrunken bevor wir blanke fangen die kristmas time again on hier ist die zirken peter p was er gehört bevor wir ist die so wie ist die Steroids Uuu Baby I like I like um genau das habe ich mir auch gedacht irgendwie als ich zum ersten Mal gesehen habe Darksider Gesendet Freitag 16. Januar 2015 0 Uhr 42 Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal und sie denkt immer noch, dass sie mich hat Da müsst ihr echt mal dran arbeiten Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus Sie ist auch genauso blöd wie eins Uuu Roséwein Ich hatte vorhin eine einen roten Sekt noch irgendwie gehabt auf der Arbeit zum Anstoß aufs Wochenende Mama und Dad sind aber immer noch voll drauf Ich habe mir Gedanken gemacht Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr ihr einprogrammiert habt? Ist er ein bisschen krank? Gesendet Freitag 4. November 2015 2015 2 Uhr 10 Mia das Mischstück ist immer noch irgendwo zwischen Evie Märchenland und Realität Sie kann ziemlich gewalttätig werden Also habe ich sie in eine Zelle gespürt Dachte vielleicht macht das Evelyn ärgerlich Immerhin ist Mia ihr Liebling und so Aber es scheint sie nicht zu kümmern Sie geht sie sogar manchmal besuchen Sie denkt Mia ist ihre Mami Wie gesagt, eure Bio-Waffe ist nicht ganz dicht So, Evelyn Oh, Evie Maybe kinda Moin Moin Hahaha Alles frisch bei dir Willkommen Gesendet Freitag 4. November 2015 2 Uhr 10 Ja, das hat mir Gesendet Freitag 1. September 2016 1 Uhr 10 Oh, you got the test now, Ceele And 4K-Questions That I need to study Jeez, man But good luck anyways You can do it Ceele You can do it I believe in you And so does the rest, I guess So, Freitag 1. September 2016 1 Uhr 10 Evelyn's Familienfixierung nimmt langsam überhand Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen Und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu Vielleicht ist sie es leid darauf zu warten Dass Mia zu ihr findet Aber es ist eine scheiß Arbeit für mich Weil ich den ganzen Schweinekram aufräumen muss Wenn jemand neu ist Ganz faltig Und sie bekommt graue Haare Soll das so sein? Es ist als würde sie auf einmal alt werden Whoa, really? My expectation came true I think my expectation came true Evie looks sick and getting older And everything And has grey hair That reminds me of the Granny Is the fucking little child Really just a hallucination? And Evie is the fucking granny I thought the whole time that this granny is maybe really fucked up or has a big stuff coming Dieser Bericht beschreibt im Detail Es nimmt Nährstoffe vom Körper des Würts auf, um sich auszubreiten und übernimmt langsam die Zellen im Körper Als ein Nebeneffekt davon gewinnt das infizierte Individuum erstaunliche regenerative Fähigkeiten In Experimenten entfernten wir Arme und Beine von Testpersonen fanden heraus, dass sie imstande waren, die amputierten Gliedmaßen in wenigen Minuten wieder nach anwachsen zu lassen Mittleres Stadium der Infektion Sobald der Schimmelpilz das Hirn erreicht, werden die Gedanken des infizierten Würdes mit denen der E-Serie Vermittlers in Einklang gebracht Der Wirt beginnt Dinge zu hören und Halluzinationen zu erleben Bald darauf gerät er vollständig unter die Kontrolle des E-Serie Vermittlers Wenn dieser Zustand anhält, verliert der Wirt jeglichen Sinn seiner selbst Endstadium der Infektion Nachdem jede Zelle im Körper vom Schimmelpilz eingenommen wurde, verliert der Wirt langsam seine menschliche Gestalt Die Form der Mutation unterscheidet sich je nach Fall, aber geht stets mit einer enormen Steigerung der körperlichen Stärke einher Ein Individuum in diesem Stadium einzudämmen ist extrem schwierig Uhuhu Uhuhu E-Necrotoxin E-Serie Dosierungstest Nach 10 Minuten nach Dosis tot 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen 5 Minuten nach Dosis erbrechen Das hat ja schon so ein bisschen was von Last of Us glaube ich So it's really like a fungus It's maybe a bit from Last of Us Oh more to read Anchei, ja natürlich, wir haben immer was heute There was not a single time I was sober during the playthrough Ich glaube es gab keinen einzigen nüchternen Stream irgendwie jetzt bei Resident Evil 7 Dieses Projekt wurde 2000 als eines von mehreren Konzepten im Rahmen der Nexbus-Initiative Next Generation Experimental Battlefield Superiority der Firma initiiert, um unterstützt durch technische Hilfe des HCF eine Bio-Waffe zu entwickeln Die feindliche Kämpfe mit minimalem Direktkontakt im großen Stil neutralisiert Die Nexbus-Initiative wurde später abgewickelt und alle Ressourcen wurden zu diesem Projekt umgeleitet Was dieses Projekt stark von konventionellen Waffen unterscheidet, ist die Fähigkeit feindliche Kämpfer zu Mitstreitern zu machen Gegnerische Elemente zu willigen Dienern Da dies die Kosten nicht nur für den Umgang mit Kriegsgefangenen, sondern auch die für den eigentlichen Kampf praktisch auf Null reduziert Ist es kein Wunder, dass MMM und selbst die MMM-Organisationen von MMM sich darauf stürzen Das Projekt würde gar nicht existieren, wäre dort nicht die Entdeckung von MMM in MMM gewesen Dem erstaunlich fortgeschrittenen Vicariance Evolution Fungus, den wir gewöhnlich als Mutamycid bezeichnen Die Herstellungsmethode jeder der Biowaffen sah vor, das Mutamycid-Genom Gotteswords einem menschlichen Embryo vor dem vierzelligen Stadium zuzuführen und diesen dann über einen Zeitraum von 38 bis 40 Wochen in einer kontrollierten Umgebung zu kultivieren What the fuck? Die daraus resultierenden Organismen wurden als Kandidaten bezeichnet und nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert von der impraktikablen und fehlerhaften A- bis D-Serie bis zur perfektionierten E-Serie So A till D was not perfect, but the E-Series is perfect Als äußere Erscheinung wurde einheitlich die eines etwa 10-jährigen Mädchens ausgewählt um die einfache Integration in Stadt- und Flüchtlingspopulationen zu gewährleisten Das Level funktioniert schon seit letztem Mal anschauen Wollte ich dir ein letztes Mal noch erklären, das eine Mal wo du da warst Ich bin mir grad nicht sicher Aber da hast du nicht mehr geantwortet und warst weg und bist dann wiedergekommen als wir Far Cry gemacht hatten und hast dich gefragt warum keine Resident Evil mehr Okay, aber das ist eine gute Strategie, das ist eine gute Strategie Taking a 10-year-old as an optical illusion for the E-Series to implement it easier into the city and refugee populations Seems to do pretty good work Das erste Exemplar der E-Serie genannt Evelyn So Evelyn is the first one Genannt Evelyn erwies sich als fähig, Muttermyzid nach Belieben aus ihrem Gewebe auszuschneiden Es muss auch angemerkt werden, dass Evelyns Muttermyzid, wenn es einem Wirtsorganismus zugeführt wird diesem eine tiefgreifende Kontrolle über Körper und Geist aufzwingen Wir müssen noch viel über den Mechanismus lernen, mit dem Evelyn diese Kontrolle erreicht und aufrechterhält Aber die gängige Theorie ist, dass der Überträger den Autoinduktor-Pheromonen ähnelt die Bakterien der Art Pseudomonas für Quorum-Sensing nutzen Junge, Junge, Junge Evelyns Kontrolle manifestiert sich in einer Reihe individueller Stadien, von denen das erste Halluzination ist Fast sofort nach der Infektion sieht er wird Erscheinungen von Evelyn, obwohl sie nicht tatsächlich anwesend ist und hört sogar ihre Stimme, die von niemandem sonst wahrgenommen wird Interviews mit infizierten Testpersonen über alle Stadien der Infektion zeigten, dass Evelyn zunächst wie ein normales junges Mädchen auftritt und manchmal Gesellschaft oder Hilfe anfragt Mit der Zeit fängt sie aber an, immer extremere Forderungen zu stellen, unter anderem Selbstverstimmelung und Angriff auf andere Menschen Ne, 100 wurde bisher noch nicht gerollt, Darksider So Evelyn starts nice and soft and gets more and more extreme from time to time Sounds a bit like a poltergeist Uh, yeah Kind of Getting harmless by moving something So fucking the people up heavily Der dadurch ausgelöste psychologische Schock hilften die natürlichen Barrieren des Geistes gegen Evelyns Gehirnwäsche aufzulösen und wenn die mentale Kontrolle einmal erreicht ist, hat sich die Mutamycet-Infektion durch die Zellen des Körpers ausgebr... Das war quasi... ...weil gute Information Aber jetzt spammt den Chat dich mit mit Roll einfach nur zu Ja, more information, more confidential with black lines Hmm, interesting Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Mycelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes zu erschaffen Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Mycelien bestehen Wichtig ist Bad noise Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sich schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen Ihnen ein signifikantes Potential für den Kampfeinsatz Die Forscher haben diese Superorganismen, die Molded, getauft Angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded, geformt Eine mehrdeutige Bezeichnung, der eine gewisse Eleganz nicht abgesprochen werden kann Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles Fungizidserum gewonnen werden, indem Gewebeproben von Evelyn einer Mhmmm unterzogen werden Das Serum einer infizierten Person zu injizieren, sorgt für eine Kalsifikation der Mycelien Wenn diese Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen, nicht deren Heilung Ich kann kaum noch den Chat lesen, Leute, ich sehe nur noch Roll irgendwie Während wir das Potential des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekte aufs Äußerste steigern konnten Wenn wir es Mhmmm aussetzen, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt E-Nekrotoxin nennen Und das selbst in kleinsten Dosen Mhmmm Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie In Experimenten wurden infizierte Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln Warum hat sie sich auf Familie als Thema ihrer geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber könnte es sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in soziale Gruppen einzufügen als ein einsames Mädchen? Andererseits nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzug kompensieren möchte Die Liebe der Eltern So that's the speculation why she has this tick with mommy, daddy and family stuff And I guess we have to do something here with the target acquired E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die auf der E-Serie Biowaffe basieren Nur für die Beseitigung von E-Serie Objekten zu verwenden Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden Geben sie dazu eine Probe von E-Serie Zellen in den Nekrotoxin Behälter Gut Wow Die Nekrotoxin Oh, Evelyn Oh, Tramini, der Needle for this Ein besonderes Serum zur Beseitigung von E-Serie Individuen Vielleicht kann es Evelyn vernichten, wenn man es hier injiziert Looks green, man And Oh, wait, there is a Needle A really small Needle Hmm, cute Das ist eine wirklich kleine putzige Nadel, die sie da vorne dran gemacht haben Oh, oh, baby Oh, baby I like Maybe it's time to Put this again Maybe use this With this Put this away So, es ist mir noch mal gucken Let's see Um The question is What is coming next Could use the flamethrower, maybe Lots of ammunition for the flamethrower Where is my little Oh, yeah Maybe should use the flamethrower for a while Flamethrower, grenade launcher, magnum shotgun Seems plausible I don't know how much is still coming I would like to take everything with me But we need some space There is so much Stuff here We'll make a shot save Come on Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey Go tell Aunt Rhodey That everybody is dead So far For the bombs We have just one space This seems a bit What could I use Maybe not taking the grenade launcher for now But what is with something happens Jeez I want to be prepared right now Because I feel like it's not so long Let's put this away Put this away Let's use the pistol G17 Nope Take the M19 Where is it? Where is it? God God where is it? You can hear the bubble head Where is it? 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 Ist das die gleiche? Ja, das ist die von 7 Schatz. Wo ist der fucking Bubblehead? Ich heerd es von oben da. Es hat sich zu sein. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, warte, warte. Ich warte, warte. Ich warte, warte. Ich warte, warte, warte. Und ich warte, wir können ihn von oben hinter den Tonnen. Wie ist das? Wie ist das? Da oben hinter den Tonnen. Ich kann ihn hier sehen. Was ist das? Warte, warte, warte. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Nein, nein. Okay. Also war ich nicht schaffst. Ich bin hier drin. Es ist wie ich falle von dem anderen Seite. Das ist der Problem, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ah, ich sehe ihn. Got'ya. Na, ich hätte mich jetzt so von der anderen Seite umgeguckt, ich mich erinnert Und das war geradewegs eigentlich so mein Gedanke Okay Okay Contact Intent to make progress Okay 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 Goddammit, I hear her Okay 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 Do 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 Go tell and roadie Oh yeah, baby Oh, baby I lose my magnum ammunition Okay Okay, she stopped But the thing is when we can see Molded ones Um Oh, fuck Oh, fuck Okay The moment when she appeared was kinda Fuck my life But Do 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 Okay Oh, what What have I took Oh, the magnum ammunition How many bombs? Four, okay That's what I'm talking about Too many stuff Too many stuff Hehehehehehehehehe Woah The other one is a bit late this is too much fungus on my pizza baby just a bit machine gun what the heck okay make rep your makes it what audio was off bit more back can mix you up make the healing group the ammunition for the machine gun uh... shit if too much stuff way too much stuff but fuck it i'm not going back now no not going back now not going back the bombs are quite strong strong what i just blowed oh 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 the better ammunition for the pistol is quite dope the better ammunition for the pistol is dope man oh oh grimskang welcome back and what do you think should be close to the end as well at least i feel like this there's no coming back there's no coming back uh... what have we triggered uh... 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 yeah already signed up to risen evennet as well ...wenn I started it. Geez, I wasn't... ...thinking that it could be that hard. I just... ...I just... ...got rid of all my bombs. We have the Granny Loan Shop. We have the Magnum, at least, if we want to. ...we can't do anything. We can't do anything. We can't do anything. We can't do anything. Yes, that's the only way you can do. I just don't even know what happened. I can't do anything. planned äh so much your da ist noch der erste Wo ist noch der Erste? Danach machen wir dann gleich auf Irrenhaus weiter. Oh, ich könnte hier runnete. Man, wir haben so viel Heilung, das ist verdammt. Wir kriegen so viel Heilung, ey. Ich weiß gar nicht im Moment, wohin damit. Wir haben so viel Ammunition, ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollten. Nee, damit nicht, Anja, damit nicht. Aber wenn ich noch das andere eingestet habe, dann könnt ihr so kleine Spielchen im Chat spielen. Schmutzige Spielchen, das ist schmutzig. Alles voll schmutzig. Ich meine, Dungeons sind schmutzig. The Dungeon. The strong feelings can't be too long. The thing is... How long. 150 Maschine Gun... Ammunition, are you serious? Maybe take it, because for reasons, we don't have a Maschine Gun, and... Feel like this. Feel safe, man. Maybe feels safe, man. Maybe take it. Oder safe, hehehe. Feel safe, man. Morgen, GamePod. Wie komm. Ich habe die Sprache auf Englisch gestellt, aber die Untertitel auf Deutsch. So dass... beide etwas davon haben. So, Granny is here, and Granny seems to be Avalyn. Gotcha. Wait, no way. We're back here. We're back in the first house, where everything started. How? How can this... How can you see it? Ah! It's not here. It's gone. It's gone! It's gone! It's gone! Ah, jeez. Suddenly, shock. E001. Now I understand this picture, what it means with the E001. That already tells you at the beginning, that this is Evelyn. It's the first of the E-series. E001. So, it was right at the end, that Evelyn is the old Granny. And... I mean, I wasn't... I hadn't said that she was the Granny, but... I said that the Granny was something, maybe, really fucked up, and coming back later. And that's exactly what now happens. So, shotgun, flame, grenade, good. This seems fucked, man. This is Zoe calling. Zoe? Zoe, are you coming? Zoe? Zoe? No, 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 Zoe, okay. And I... Oh, hi, Evelyn. I feel weird about the door. Excuse me. I have to take a load, little girl. But I still wonder what would have happened if you were safe. So, Grim, have you saved Zoe or Mia when you had the chance? Who did you save? Who did you save? Ah, okay. This is your fault. Why am I seeing this? I'm infected, I'm infected, am I? Because of that I will see her. Oh, you saved Mia as well, okay. So you were like me. We are infected, Stadium 1. Is there something else here? Yeah, me too, Grim, me too. There was the... Yeah, I remember this. I expected this to be her to happen No, Mia No, not again Well, Mia again Mia again, Mia again Or what? It was the fight above, wasn't it? We have to take a look above And we make her burn, burn, burn Run a circle of fire Run a circle of fire Oh, fuck I bet my shit that Mia is Back there we have to fight her Bet my shit Sure, we have to go the other way I thought I could make her escape road And circle her road It would be always so mean if she Would always be coming from the back So She's in the room, isn't she? I have the whole time the feeling that Something is grabbing me from behind Fuck you What the heck? Not cool Not cool What the fuck Where the fuck are you? What the fuck Feels Texas Chainsaw Massacre Love it I lose it Yeah, yeah A little bitch He cried Ammo Screaming like a little bitch That's what I'm doing here Fuck, Abby Abby I'm not playing No Get that away from me It's going to wreck me Ah, the doll Creepy fucking doll What the Creepy fucking doll Burn Burn in hell One thing I kind of missed in the game Is some beer traps Or something Okay Okay I can't go out Watch out They get dynamite They're above us Ooh, Grimmskull I don't want to hurt you But you do You do Can I even shoot her And kill her Somewhere or somewhere Or somewhere Or somewhere I think I want to go home I think I want to go out Go out Feel safe, man Can I maybe go out now No Keine Spoiler Keine Spoiler Und kein Backsealing Oder irgend sowas Wollen die erste Runde Ja selbst so erleben Oh, jeez That sick girl Is she levitating She's pretty dope, man She's pretty dope now She can levitate Whoa Okay Okay Ah, ha, ha I'm coming to get you I'm coming to get you Like you too, Rush I am I am, baby How much Ah, ha, ha Gotcha Coming to get you Coming to get you Whoa 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 Oh, 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 oh. Okay. I'm not sure if I should like this. Whoa, what the? It's a kill. Okay. 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 Maybe. Okay. What the fuck? Getting eaten by fungus. Hmm. Love it. Love it. I love it. Love it. Love it. I'm delicious. It tells me I'm delicious, man. Everyone want a bite of me. It hurts. It hurts. It hurts. It hurts. It hurts. Can you? Can you all go to hell? Oh, shit, son. Maybe he likes a shotgun. Oh, 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 oh. Okay. Um. Wait, oh. Oh, maybe, maybe, maybe. Oh, that comes quite close here. Uh, wait. ow ow ok okay feels dope man oh shit uh oh uh oh nerf gas nerf gas ah nerf gas oooh ow oooh shit son shit son um 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 ow ow stop it stop it ow stop it uh uh ouch shit what's this what's this ow 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 wait how was this called playtime anytime bro anytime bro jesus nice ooo ooo baby can i shoot again t ooo me expertise rocks man oh oud Nichts riskieren Der Albtraum ist endlich vorbei anscheinend That's it Ende der Nacht End of the night Who the fuck is this? I'm Redfield What? Glad we found you What? I'm Redfield Don't tell me that's Chris Was this Chris? Fucking Mia baby What's this fucking Chris Redfield? Helicopter was dead What's with Zoe? I don't know what a long night it was But not just for me Me and I weren't the only victims here So were the Bakers It was that thing Evelyn Who made them that way Wait Umbrella Whoa 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 What? I had just come to terms with losing Mia But now she's back and wants to start over Put all this behind us Maybe this is where the next door opens What? So they want to tell me That this was Chris Redfield Flying with an Umbrella corporation With a blue symbol Blue white not red white And Mia was fighting for the bad ones Or was they Was Mia with Umbrella Or someone else? Alright Chris Redfield Have a good one Have a peaceful one Maybe see you later Dead The left's quite a lot of questions Prisoner Without parole They locked me up And took my soul Goatale and Rhodey Everybody's dead Wait you don't have sound? Does anyone have sound? Really? They blocked the sound from the game Oh the song is so nice Goatale and Rhodey Goatale and Rhodey Goatale and Rhodey That everybody's Guess it will be copyright That's sad Really sad And it's I guess Because the streaming is still over the PS4 Because in the bonding school The net is too lame To make use of my capture card So they cut it out Okay But it's interesting to know So it has to do with the games before What I didn't expect What I didn't expect And kind of not hoped So I thought they make Maybe new stuff now Go away from the old characters Go away from Umbrella But it doesn't seem like this I had this strange feeling Already on the ship Where we found the Thing that tells us 15 years after the incident In Recon City Blah 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 So I wonder what it has to do With the games before What has Chris to do here Why is Chris in an Helicopter of the Umbrella Corporation With another logo A blue white Not a red white It doesn't seem like The normal Umbrella But what has Chris to do With Umbrella Is Umbrella now on the good side I mean he looked a bit older Longer hair Brighter hair Not as dark brown As it was supposed to No never 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 I could play Left 4 Dead As well It would be the same As Resident Evil 6 Or 5 I can also play Left 4 Dead It would be the same It would be the same As Resident Evil 5 Of 6 It would be the same It would be the same But jeez So I was kinda right That the Granny Is something Really fucked up It was Evelyn At the end Hmm I still wonder What happens If we save Zoe And this will be In the Madhouse Run We're doing Right now In a few Seconds Start with Also The weapon We got At the end Was called Albert Like Albert Wesker This is Weird No Not the story Not the story I mean In the story There's no hint To the bakers There's nothing That leads To this incident So I guess We have to wait For more DLCs With maybe Some background story Background telling We have to wait For Resident Evil 8 To know the truth But I hope you had Genauso viel Spaß Wie ich Habt euch genauso Schön erschreckt Wie ich es Eigentlich getan Habe Ob you had enough fun As I did And was Scared as I was Often Interessante These I mean Umbrella 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 Is ja Eigentlich Ein ganzer Konzern Wesen In Früheren Teilen Ich meine Das wird Ja so Ein bisschen In Copyright Reingehen Und Tantiemen Und Patente Und Sowas Eigentlich Ja Vielleicht Bin Auf jeden Fall Gespannt Was To the credits Let me see How mad The madhouse Will be Also I need A new beer So It will be Time For another Beer It will be Time For a Short Short Deuter Break But have you Know the sound Of the game Habt ihr jetzt Den sound Von dem game Die geigen Und Das alles Na gut Ist blau Jetzt das gegenteil Von rot Weiß Nicht Könnte Aber Ich meine Eigentlich Ist ja Die drei Hauptfarben Rot Blau Und gelb Eigentlich Ne Warte Mal Und Warte Ja gut Aber für eine Bewegung Waren die Ziemlich Gut Ausgerüstet Muss man Sagen Hat Jetzt Nicht unbedingt Wie so Eine kleine Guerillatruppe Gewürgt Allein Die dicken Sachen Immer noch Kein Sound Okay Weird Weird No Sound Is Weird Stu Hmm I have a smell Of the candle Nice I lasse die credits Auf jeden Fall noch schnell durchlaufen Ich bin gleich Wieder da Nur eine kurze Toilettenpause So Let her Credits Run Und We'll be right back After a short toilet Break Break let's go nice music, kind of everyone who plays it knows it, I guess You have to play it, we want you to play Resident Evil 7. Let's talk a little bit more about the time, which is also the same. What is actually now from Zoe? And what happened to Zoe, Zoe was still infected. I wonder what really comes out if we save Zoe. But now we know that we kind of saved Mia. But it will be Zoe then saved when we save her first and then... ... 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 Ich weiß nicht, Bari, ist der DLC schon draußen? Ist der erste DLC schon raus? Ich weiß nicht, Bari, ist der DLC schon draußen? Ich weiß nicht, Bari, ist der DLC schon draußen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, so wir sollten mal schauen. Dolwey, Lusiana, Sunday, I can't read us. Oh, Bakers. Everybody's phone ringing. Oh, come on. Come on. Ja, in den Trophys ist er schon Bari, aber er ist gar nicht draußen. So, we got 16 out of 20 Mr. Everywhere. We got 13 out of 18 coins. We got 29 out of 30 fucking 2 story stuff to read. Give me a second, I need a little screen. Give me a second. Oh. Okay. Um. So, it was like 12 hours we took. We had nearly every Mr. Everywhere. Okay, there were quite some coins that I'm missing. But we had nearly every fucking thing to read. Jeez, we missed out on 3 fucking things to read. If I just had them, they would beat another trophy. For steroids, no stabilizer. That's okay. It's okay. Uh. 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 Schwierigkeitsgrad Irrenhaus. Waffe. Albert. O-1-R. Ubikus, what did the Inventarbox in the Hauptspiel? So we got the weapon Albert O-1-R. And we now have the difficulty Madhouse. I'll start right away there now. So, Albert. A weapon that called Albert. Is this a hint to Albert fucking Wesker? Ah. Something to write down, maybe. A little bit. Just a little bit. A little bit bites the dust this time. A little bit bites the dust. Objekt, die Geheimnisse der Verteidigung. Objekt wurde der Inventarbox im Hauptspiel zugelegt. Okay. Something about the secrets about defending yourself. Oh. Ah. This looks like Chris. This looks like not a hero DLC. Looks like we play with Chris. And it's in April. So, Bachi. Bachi, there you have your info to the DLC right now. There you have your info to the DLC that comes in April. So, I have the time for the cut for YouTube. Hello YouTube. Let's start now with the Madhouse run. Oh, baby. More. Let's start now with the Madhouse run. Oh, baby. More. We got an aiming help? We got an aiming help? We got a little aiming help? Wait. The walking... The walking speed is normal. Mhm. Mhm. Kamera Interpolation. Hotten. Ah, verbotenes Filmmaterial. Ja, das wird wahrscheinlich not a hero sein irgendwie, Bachi. Oh, wait. Anzeige. Kamera schwanken. Blut auf Bildschirm. Normal. Oh, wait. Oh, it's just normal or reduced. Okay. Tutorial Messengers. Yeah, okay, maybe. To the Funderator. Maybe, maybe. Yeah. Ooh. Oh, that's dope. Oh, yeah. Kinda. Maybe. Let's take the HUD in red. Stimmenlautstärke. Musiklautstärke. Soundeffectlautstärke. Systemlautstärke. Ah, das ist okay. What? No, no, no. I wasn't done. Yep. Okay, I'm done. Okay. Ja, aber das mit dem verbotenen Filmmaterial wird ja wahrscheinlich mit Chris sein dann, also, das ist das Not a Hero DLC. Wirst du wahrscheinlich mit Chris dann irgendwelches Filmmaterial dann machen, oder? Cheers, guys. Off to the madhouse round. Oh, baby. It just helps be warned. To the end of the movie imара操ind? Mm-hmm. Vielen Dank.